Moin Moin und herzlich Willkommen zur Pressekonferenz in der Oldesroher Witten Lounge nach dem Spiel VfB Wir bedanken uns noch mal ganz herzlich bei 3.701 Zuschauern, von denen noch keiner beweisen kann, dass Sie die in drei Wochen wieder hier sind. Bravo! Ja, danke. Ja, bitte begrüßt mit mir erstmal ganz herzlich den Trainer der Heimmannschaft, Rolf Lander. Der geste Trainer lässt sich entschuldigen, er hätte keine Stimme mehr. Ich wollte es erst gar nicht sagen, aber ich kann nicht. So, jetzt wollen wir mal hören, was Wolf zum Spiel zu sagen hat. Bitte. Ja, guten Abend, erst einmal an alle. Schalt den Gäste-Trainer leise, bitte. Ich muss ehrlich sagen, auch für mich war es kein leichter Gang heute hierher, aber ich will euch trotzdem natürlich sagen, wie ich das Spiel gesehen habe. Ich glaube, es war der erwartet schwere Gegner und die harte Nuss, die die Mannschaft gegen die wir heute gespielt haben, steht nicht umsonst dort, wo sie steht. Ich glaube, dass wir dennoch ein flottes Fußballspiel gesehen haben, dass wir uns vor allem in der ersten Halbzeit nach dem Rückstand gut erholt haben, das abgebeutelt haben und dann wirklich Chance und Chance erspielt haben. Und ich glaube, da hätte niemand was dagegen gehabt oder das muss man nicht zwingend durch grünweiße Brillen sehen, wenn man da dann vielleicht zwei oder drei ins vorne legt. Das ist uns nicht gelungen. Dann haben wir in der Pause gesagt, wir wollen da weitermachen, wollen vielleicht taktisch das noch geduldiger gestalten, mit mehr Spielverlagerungen, muss mehr Chancen erspielen. Und dann hat man aber schon gesehen, dass eine gewisse Verkrampftheit da war, dieses Tor zu sehr erzwingen zu wollen. Wir haben dann nicht immer die richtigen Mittel gefunden, um diesen Abwehrblock, diese Ketten zu knacken. Der Wille, muss man ganz ehrlich sagen, und ich glaube, das war auch die Resonanz des Publikums, wie ihr alle reagiert habt nach dem Spiel. Also der Wille war absolut vorhanden, jeder ist an seine absoluten Grenzen gegangen, wenn er das Spiel hat, aber der Ball wollte heute nicht rein. Und wie gesagt, es ist extrem bitter, die Mannschaft ist heute sehr enttäuscht. Ich bin gleich fertig, der Gästebringer ist eh nicht da, also da hat alles etwas kürzer. Ja, also Mannschaft, um es gut zu machen, Mannschaft ist sehr enttäuscht, inklusive Trainer-Team und das Team, aber es gilt jetzt aufzustehen. Ich glaube, die Wolfsburg haben 2-0 gewonnen, rechnerisch ist noch alles möglich und deshalb werden wir die einmal aufkämpeln, dann aufstehen. Und wie gesagt, rechnerisch ist noch alles möglich, auch wenn wir wissen, es wird natürlich schwieriger jetzt, so ein Spiel zu spielen. Und die Luft dürfen wir absolut nicht rauslassen, denn wir haben noch ein Highlight hier in ein paar Wochen, das Pokalfinale. Also so gesehen, ja, Kopf hoch für uns alle, für die große Grün-Weiße-Familien, die wir so super zusammengewachsen sind in den letzten Monaten und wir marschieren weiter. Bravo! 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 Und deswegen sage ich nur zum Abschluss, wir sehen uns in drei Wochen, Gegner weiß ich jetzt auch nicht, aber ich bin hier und ihr hoffentlich auch alle und bis dahin. Und ich bin auch drauf eingefallen heute. Aber dafür habe ich heute das richtige Ergebnis dann gesagt, das ist ja auch was. Also bis in drei Wochen, schönes Wochenende jetzt noch, optimistisch bleiben, das ist Teil Kugel, Sie in alles, tschüss! Vielen Dank. Dankeschön! Vielen Dank.